Der Kampf gegen den Manakrismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampf gegen den Manakrismus. Damals gelobten wir zum ersten Mal als unmittelter Einzelner diesen Green True Beginn und nicht zu riemen, wie endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben und dann eingelebt werden. Papa! Ich bin ein. Das war nicht die Akkurat, dann wird sich da viel zu hoch. Was ist denn so? Die Beteiligung hat immer so viel absehen. Was? Das weiß ich. Wir haben schon mal angerufen. Bla, 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 bla. Die Drecksgade. Da muss die Geschwunde immer mal gewesen sein. Das ist ein Feuer. Das hat der liebe Jörg geschickt, Mensch. Wir machen uns gerade fertig. Das ist ein Feuer. 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 Das bedeutet, dass wir uns auf unsere Basis machen können. Das ist wirklich die Räume des Passiers, und wir uns in die neuen Landschafts-Kreationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Recently the unemployment rate has dropped but there are still a number of people without jobs and 50% of graduates are unemployed. This means that sometimes the children and parents are forced to choose between putting food on the table or taking a sick family member to the doctor. This is Sampson's father who has three children that he looks after with his wife. Every morning they get up for 5.30 and walk 6km to school. Each day the father will work till 11 at night and will only get 4 hours sleep. He speaks about how when he was younger he had to drop out of school at a very young age to help his single mother. We'll get to the point. We'll do this. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Will you forgive me? Will you? Will you forgive me? 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 Amen. Amen. Amen.